Für euch ist Nachhaltigkeit eine Frage des Image. Für uns ist es eine Frage des Leben oder Tod. Plastik ist schön. Plastik ist praktisch. Plastik ist praktisch überall. Musik Kenia. Wo ist er denn? Die Milieuweinung. Aller in der Pubelle. Das ist der Moment. Musik Es ist kein Riesenwagen, Schiller. Es ist bei Solar Energy. Das, was wir verändern müssen, ist hier oben, das Denken, das Bewusstsein. Wenn wir überleben, müssen wir zurückgehen. 3.5 Millionen Jahre. Wir können etwas ändern, wenn wir zusammenarbeitet werden. Also, wir machen es.